Neue Mitarbeiter wie Katrin setzen auf Linchpin User Profiles für Confluence, um sich digital im Unternehmen zurechtzufinden. Beim Confluence Login wird sie vom Profile Completion Assistant freundlich daran erinnert, ihr Benutzerprofil zu vervollständigen. Katrin navigiert zu ihrem Profil. Sie lädt ein Profilfoto hoch. Hobbys, Sprachen und andere Fähigkeiten kann sie bequem und einfach über die Eingabe- und Auswahlfelder vervollständigen. Für systemübergreifend einheitliche Benutzerdaten werden vordefinierte Daten wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse und der Vorgesetzte aus externen Datenquellen wie LDAP, XML oder SAP importiert. Werden am Profil Änderungen vorgenommen, so greifen diese automatisch auch auf allen Confluence-Seiten, die diese Profildaten beinhalten. Gerade steht Katrin vor einer Herausforderung, bei der sie Hilfe von einem Jira-Experten benötigt. Über die Expertensuche erhält sie eine Benutzerliste mit passenden Ansprechpartnern. Katrin filtert die Liste, um diejenigen Experten zu finden, die ihre Sprache sprechen und an ihrem Standort arbeiten. Sie entscheidet sich für Bastian Schmitz und navigiert zu seinem Profil. So erhält sie einen Eindruck von Bastian und seiner Position im Unternehmen. Dank der verlinkten Profilfelder sind alle Kollegen nur einen Klick entfernt. Katrin startet Skype for Business und vereinbart zur Lösung ihres Problems ein Treffen mit Bastian. Sie speichert Bastians Profil in ihren Favoriten und ergänzt eine für andere Benutzer nicht sichtbare Notiz. Würde Kommunikation doch überall so gut funktionieren? Übrigens, sie können Linchpin User Profiles nicht nur als eigenständige Confluence-App, sondern auch als Teil unserer komplett personalisierten Internet Suite Linchpin nutzen. Testen Sie Linchpin User Profiles jetzt!